Hi, ich bin Dirk und der Ansprechpartner für das KI-Weiterbildungsprogramm in der Cyberforum Akademie. Gemeinsam mit Expertinnen und Experten auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz haben wir in den letzten Wochen und Monaten gefördert vom Landesministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau ein KI-Weiterbildungsprogramm für kleine und mittelständische Unternehmen konzipiert. Wir haben in KMU insgesamt vier unterschiedliche Zielgruppen identifiziert, die Kompetenz im Bereich der künstlichen Intelligenz besitzen sollten. Das ist zum einen die Ebene der Entscheidungsträger, also die geschäftsführende Ebene. Das ist zum zweiten die Ebene derjenigen, die ein KI-Projekt leiten sollen, die also das Projektmanagement im Bereich der künstlichen Intelligenz übernehmen. Für Leute, die sich für diesen Bereich interessieren, bieten wir auch ein Zertifikat der Cyberforum Akademie an. Der dritte Bereich ist der Bereich der anwendenden Fachabteilungen, sei es Personal, sei es Verwaltung und so weiter. Also dort, wo Menschen mit Programmen arbeiten, die künstliche Intelligenz enthalten oder zukünftig enthalten sollen. Der vierte Bereich ist der Bereich der Softwareentwickler und der ITler, die sich im Bereich KI-Programmiersprachen weiterentwickeln wollen. Auch in diesem Bereich haben wir uns Weiterbildungsprogramme überlegt und gemeinsam mit Experten konzipiert. Diese findet ihr auf unserer Homepage. Wir freuen uns, wenn ihr uns Feedback zu unserem KI-Weiterbildungsprogramm gebt, genauso wie wenn ihr noch weitere Anregungen oder Wünsche habt, die wir gerne versuchen dann mit aufzunehmen. Wir freuen uns auf eure Anwendung.